Und da bimmelt der Nächste los. Und bevor der jetzt hier mir ausschlitzt, zeige ich dir die 5 Gründe, warum Fische überhaupt ausschlitzen können. Ran da mit dem Brocken, den versuchen wir doch erstmal hier rein zu drillen. Schön entspannt, mal wieder hier an der alten Festung auf Amur. Und die wollen wir natürlich alle haben, im Idealfall natürlich auch noch als Trophy irgendwann kriegen. Deswegen muss man es hier einfach immer wieder testen. Ich glaube der Spot ist soweit bekannt. Ganz kurzer Blick da drauf und dann gehen wir an die Thematik des Ausschlitzens. Denn das ist ja immer wieder tricky und immer wieder ärgerlich. Man baut sich sein Setup zusammen, denkt sich, geil Algen, jetzt ziehe ich mal die dicken fetten Brocken raus und dann passieren die Ausschlitzer. Wodurch passiert es denn, dass dieser Fisch auf einmal weg ist? Es hat halt viele Gründe oder es kann eben viele Gründe haben. Und es sind eben viele Komponenten, die da mit reinspielen, warum so ein Fisch auf einmal dann ausschlitzt. Die wichtige Komponente oder die wichtigste Basiskomponente ist das Anhaken an sich. Das bedeutet also, sobald ein Fisch bei dir rumnübbelt an der Kartoffel und er frisst dann die Kartoffel, hakt der Haken natürlich am Fisch. Und wie gut diese Qualität des Hakens ist, das können wir gar nicht großartig beeinflussen. Es besteht quasi immer eine Chance, dass ein Fisch schlecht hakt und dann im Laufe des Drills ausschlitzt. Es besteht aber genauso die Chance, dass ein Fisch schlecht hakt und im Laufe des Drills nicht ausschlitzt. Das heißt, diese Spannung oder dieses Risiko im Drill ist im Game drin und das ist ja auch gut so. Stell dir vor, man würde jeden Fisch einfach hier rausziehen, das wäre ja langweilig. Also das ist schon mal die erste wichtige Komponente quasi im Haken. Also in dem Moment, wo der Fisch beißt, hakt, entscheidet sich gut gehakt, schlecht gehakt. Was können wir denn machen, um dieses Haken zu verbessern? Den Haken können wir verbessern. Fangen wir damit ja einfach mal an. Das heißt, wenn wir uns hier die verschiedenen Hakenarten angucken, kann man sich ja, naja, vielleicht ausdenken, dass so ein oller, rostiger Basishaken nicht unbedingt die schärfste Kralle vorne hat und dementsprechend nicht so ganz gut ist oder ganz gut geeignet ist, um damit dicke, fitte Brocken zu fangen. Also das Ding würde funktionieren, aber ideal ist es natürlich nicht. Dementsprechend geht man dann eben mit der Zeit Stück für Stück auf hochwertigere Qualitäten. Ich habe mich über Jahre jetzt auf die Berserk Hook Rage Series festgelegt, beziehungsweise, also die verwende ich komplett, habe die von Größe 24 bis 4.0, genau, also sämtliche Größen immer mal wieder mit dabei. Was ich sonst noch verwende, sind die Bloody Series, diese roten auch da in verschiedenen Größen oder eben auch ganz gerne Zenit Hook, einfach so fürs Karpfenangeln auf die Einser. Ähm, Etalon Muga, natürlich auch einer der Top-Haken, ähm, da geht man einfach auch mal knallhart nach dem Preis. Beste Qualität, kostet einfach, wenn man da einen richtig Rasiermesser scharfen Haken will, der auch gut hakt, dann muss man da leider reincashen. Tja, was beeinflusst denn das Haken noch? Wenn wir unser Set anschauen, haben wir hier natürlich verschiedene Komponenten und eine der wichtigsten Komponente ist das Vorfach. Wenn wir uns das Vorfach anschauen, beeinflusst das Vorfach ganz, ganz viel. Allerdings beeinflusst hier nicht die Farbe, sondern die Art quasi, die Vorfachsdicke, die Vorfachslänge. Die Vorfachsdicke, ähm, und die Art sozusagen beeinflusst eher auch das Bissverhalten, beziehungsweise, ähm, welche Fische da vielleicht auch eher vielleicht ein bisschen abgeschreckt werden. Aber wir konzentrieren uns ja jetzt hier auf das Haken an sich und beim Haken ist einfach die Länge entscheidend. Lasst euch da nichts anderes einreden, Jungs. Es kommt auf die Länge an. Bedeutet, ich habe lange, lange Zeit gerne, gerade als das dann losging eben hier mit selbstgebaute Vorfächer, ähm, habe ich sofort angefangen, habe mir gedacht, geil, Algen, jetzt baue ich mir die richtig langen Vorfächer und hier haben wir sie. Alter, 60 Zentimeter, ganz wenig Scheuchwirkung. Das heißt, man ist sehr, sehr weit weg mit dem, mit dem Köder von der sichtbaren Schnur. Schön Fluorocarbon genommen und, äh, 60 Zentimeter lang und dann gib ihm. Was ich da natürlich nicht bedacht habe, ist, dass wir die meisten Ausschlitzer, die meisten Fische, die wir quasi nicht fangen, die kriegen wir gar nicht mit. Bedeutet, es schwabbelt der Köder im Wasser, der Fisch kommt an, nübbelt und ist sofort wieder weg. Es kommt keine Meldung an der Routenspitze, es kommt keine Meldung im Chat, wir kriegen es überhaupt nicht mit. Das ist quasi schon im Game, im Hintergrund sozusagen, ein Ausschlitzer. Und da sieht man eigentlich schon, wie mies das eigentlich ist. Das heißt, wir haben, wir verlieren regelrecht Fische pro Stunde im Kescher, wenn wir ein zu langes Vorfach verwenden. Und wir kriegen es halt gar nicht mit. Das ist halt das A und O. Das heißt, es schlitzen viel mehr Fische aus, die auch fantastisch sein können, wo das gesamte Set super ist, aber der Fisch kommt an ein so viel zu langes Vorfach, nübbelt da kurz dran, checkt quasi, oh mein Gott, und ist sofort weg. Ausgeschlitzt, ohne, dass wir da eine Info haben, das sind die meisten Ausschlitzer, die wir halt gar nicht mitbekommen. Natürlich ärgern wir uns über den fetten Drill. Ich ärgere mich mittlerweile viel mehr über die ganzen Fische, die ich nicht fange und bin in den meisten Fällen auf deutlich kleinere Vorfächer runtergegangen. Gerade bei Fischen in hoher Frequenz, wie zum Beispiel Windenbach, wenn man da nur mal eben Köterfische ballern will oder kleine Fischchen sich rausziehen will oder man macht einen Wettangeln vielleicht auf Kaulbarsch oder solche Sachen, zack, kurzes Vorfach dran. Natürlich da auch wieder schön dünn und klein und so, ähnlich wie halt auch beim langen Vorfach, aber eben deutlich kürzer, um diese Ausschlitzer, die man nicht mitkriegt, einfach zu verringern, um dadurch vielleicht eine höhere Chance zu haben oder mehr Fische einfach zu fangen. Also, noch mal kurz zusammengefasst, wann verwende ich kurze, wann verwende ich diese langen Vorfächer? Die langen Vorfächer oder die längeren verwende ich immer noch gerne, wenn ich auf, ich sag mal, ein bisschen größere oder anspruchsvollere Fische, die sehr scheu sind, unterwegs bin. Heißt also auch gerne mal so ein, ich sag mal, 35, 40 Zentimeter Vorfach beziehungsweise so 25 bis 45, so in dem Bereich, vielleicht Ambelaya oder sowas, Fluorocarbon, auch da achte ich dann natürlich drauf, wenn ich schon so ein längeres Vorfach nehme, dann gehe ich nochmal ein bisschen dünner vielleicht dran und versuche dann da wirklich ganz fein und wirklich auf einer langen Schnur dann tricky, vielleicht eher auf Trophäen irgendwie zu gehen. Macht das Ganze natürlich dann im Drill letzten Endes deutlich schwieriger, aber da sag ich mir, okay, ich gehe extra hart in den Drill rein, weil ich ja die dicken Dinger fangen will. Ja und wie gerade schon gesagt, wenn es dann einfach um Masse geht, um viele Fische, bleibe ich so in der Regel bis 25 Zentimeter. Auch beim Karpfenangeln verwende ich gerne mal sowas wie einen 15er oder 20er, 20 Zentimeter Vorfach. Was haben wir hier jetzt glaube ich gerade dran? Hier ist so genau 20 Zentimeter. Das ist hier dieses Vorfachsmaterial und ja, es funktioniert ganz gut. Es ist wie gesagt auch am Bernsteinsee und sowas, da ist das eben ganz gut. Ich habe anfangs tatsächlich auch da diese superlangen Vorfächer verwendet und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, ist das Ding natürlich auch viel zu lang für so eine Karpfenmontage. Zu diesen Ausschlitzern, die passieren, die man nicht mitbekommt, gibt es tatsächlich auch eine ganz gute Auswertung beziehungsweise beispielhaft eine Auswertung im Forum. Da wird gesprochen von einer Zeit, von einem Monat, wo 126 Fische gefangen worden sind und 90 Prozent der Fehlbisse waren quasi diese Ausschlitzer, die direkt beim Anbiss passiert sind. Und in diesem Monat waren dann 16 normale Ausschlitzer sozusagen erst dabei, die dann vielleicht sogar mit einer Meldung im Chat quasi dokumentiert worden sind. Das bedeutet, 90 Prozent der Fische, die ausschlitzen, bekommt man vielleicht gar nicht mit. 126 Fische sind ausgeschlitzt, 16 regulär, bedeutet also 110 Fische mehr. Ein ganzer Kescher voll mehr wäre also in diesem Monat drin gewesen beim regulären Angeln und die nehme ich doch gerne mit, mit einem kürzeren Vorfach. Also fassen wir den Part des Sets nochmal kurz zusammen. Wir gehen also nochmal kurz rein. Grundsätzlich, diese Ausschlitzschwanz besteht immer. Kommen wir dann als nächstes zum Vorfach. Vorfachslänge anpassen. Nicht unbedingt immer die superlangen Vorfächer verwenden und da dann tatsächlich eben auch mal je nach Fischart deutlich runter gehen, wenn man auch eine schönere oder eine höhere Frequenz haben will. Als nächstes natürlich, wenn wir den Haken betrachten, einen passenden Haken zum Fisch verwenden. Für die kleineren Fische vielleicht auch einfach mal eine Nummer kleiner gehen und für die größeren Fische eben auch vielleicht nicht komplett übertreiben, dass man da eben auch die Hakenchance deutlich verbessern kann und nicht zu viele Ausschlitze hat. Wenn wir dann in den Drill reingehen, auch da entscheidet sich ja, bleibt der Fisch dran oder nicht. Und da haben wir dann die nächsten drei Punkte, die darüber entscheiden. Bedeutet also, der erste Punkt im Drill ist die Dauer des Drills an sich. Und wie hart zieht der Fisch die ganze Zeit ab? Ich hatte tatsächlich letztens auch wieder einen, den ich nicht wirklich gut halten konnte und ich habe mir schon gedacht, Alter, der hat aber Bock und der ist auch tatsächlich irgendwann ausgeschlitzt, weil mein Setup einfach ein bisschen zu fein und zu klein war und der ist einfach gezogen und gezogen und gezogen und dann war er auch irgendwann weg. Das bedeutet einfach für uns, wenn wir an Gewässern angeln, wo unser Setup vielleicht ein bisschen zu klein für ist und da sind Fische drin, die haben einfach ein bisschen mehr Wumms, wie zum Beispiel hier an der alten Festung. Du stehst die vielleicht mit dem Fieder-Starter-Set mit 5-6 Kilo Tragfähigkeit. Es ballert hier einen 15 Kilo Amur rein. Dann geht der Amur erstmal natürlich mit dir Gassi und es besteht die ganze Zeit die Chance, dass er einfach ausschlitzt, auch wenn du sonst keine der weiteren Fehler machst, die man eben machen kann. Also, Dauer des Zugs auf der Bremse ist quasi jetzt das Erste. Der Fisch zieht die ganze Zeit dauernd auf der Bremse. Ausschlitzchance besteht. Nächster Punkt ist quasi, du verlierst die Spannung. Gerade jetzt, wo die Fische aus dem Wasser springen können, verlieren wir zwischendurch mal etwas mehr die Spannung. Bedeutet hier nochmal aufmerksamer zu sein, nochmal vielleicht in dem Moment nochmal mit der rechten Maustaste die Route anheben, Spannung aufrechterhalten. Wir sehen halt unten im Drill die Actionbar und da sollte die Spannung halt immer da sein, immer aufrechterhalten werden. Sobald man mehrfach diesen Spannungsverlust hat, kann es halt ratzfatz passieren, dass der Fisch ausschlitzt. Tja, und das liegt dann tatsächlich am Können und am Drillverhalten des Anglers. Ja, und der letzte Punkt, warum die Fische ausschlitzen können, und das betrifft vielleicht eher die Angler am Bernsteinsee, das ist zu viel Druck auf den Fisch. Zu viel Druck auf den Fisch heißt also, du hast die Bremse mit deinem passenden Set vielleicht direkt auf 25 plus eingestellt, der Fisch ballert rein, du ziehst ihn nochmal ordentlich an und baust konstant von da ab den Druck auf. Das heißt, diese Ausschlitzschance ist die ganze Zeit von vornherein hart am Limit und auch da, flupp, passiert es einfach häufig, dass er ausschlitzt. Hatte ich vor, Anfang des Jahres hatte ich das sehr viel, hab das irgendwann mal versucht zu ändern, hab den erstmal ziehen lassen. Ich kannte das schon vom Hechtangeln. Beim Hechtangeln war es damals so, bei den Topwatern, dass die auch sehr schnell ausgeschlitzt sind. Wenn man mit dem Topwater sofort halt angeschlagen hat und in dem Moment, wo der Hecht mal zwei, drei Sekunden wegschwimmen konnte und man dann erst richtig angeschlagen hat, hat er deutlich besser gehakt. Ähnlich eben auch beim Karpfenangeln. Wenn der Karpfen ankommt und er nübbelt an den Köder, hakt gerade und man zieht ihm quasi den Köder direkt aus seinem Gesicht, ja, dann passiert es eben deutlich häufiger, dass er ausschlitzt. Also auch da lieber den Karpfen vielleicht ein bisschen länger ziehen lassen, ein bisschen länger in den Drill reingehen, aber dann auch wieder ein bisschen lenken. Und was da auch als Tipp gegeben wird, verschiedene Winkel einschlagen, in verschiedenen Winkeln quasi den Fisch führen. und das ist auch das Gehampel, was ich regelmäßig mache. Das heißt, ich drille mal nach links, ich gucke, wo der Fisch hinschwimmt, dann drille ich auch mal nach rechts. Seltener die rechte Maustaste irgendwie, dass ich die hochziehe, sondern tatsächlich eher mit diesem Lenken, mal nach oben, mal auch mal nach unten. Aber wie gesagt, in verschiedenen Winkeln und Positionen eben da in den Drill reingehen, damit konstant eben diese Fischkontrolle da ist und da eben, ja, die Chance geringer gehalten wird, dass da ein Fisch ausschlitzt. Weitere Informationen zum Game Russian Fishing 4 erhältst du hier auf diesem Kanal. Von daher gerne den Kanal abonnieren und die Glocke reinballern, damit du die folgenden Videos nicht verpasst. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.